Wo ist der Clear? Da war Clear, wo ist der? Da rechts im Augenwinkel, wenn er jetzt gerade gesehen, da ist er. Da sind zwei. Ich will da auch viel, ich will da auch viel. So, komm her, komm her, komm her. Rüstung, Gesundheit, sehr schön. Ich glaube, bis ich das Geheimnis finde, ist übermorgen. Das ist Wochenende auch schon vorbei, das verlängert der... Au! So, wo muss ich jetzt hin, da oben? Ich will das Geheimnis da oben. Aber ihr seht's, man lässt mir keine Ruhe. So, komm her, komm her, komm her, komm her. App 6. Ihr glaubt. Na. Da ist noch Clear. Kommt der jetzt von der Seite? Ich glaub, dass der jetzt von der Seite kommt. Der kleine Affe. Was? Ist da irgendwas? Den hol ich auch gleich so weg. Dann warten wir nach. Und da ist der Clear, genau. Auf den hab ich gewartet eigentlich. Okay, da ist der zweite. Was? Lass dich nicht zu nah dran kommen, an die. Das ist ein Wahnsinn, mit dein. So. Jetzt haben wir noch Raketen. Wir haben nur 10 Raketen. Das taugt mir nix. Was? Egal. Wir werden's einmal die zweite. Wäääh! Dann sind wir die zwei weggeholen. App 6. Oh. Gespeichert. Sehr schön. Ich will die Waffen da oben haben. Ich will die Waffen da oben. 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 Hab ich euch das schon gesagt? Wie komme ich da auf für am besten? Der einfachste Trick wäre, ich muss die Waffen einmal wegstecken. Mal schauen, wahrscheinlich ist das mit dem Controller einfacher, das Ganze. Wir sind schon nicht schlecht unterwegs. Warte mal, gibt es da irgendwo eine Zwischenmöglichkeit zum Umspringen? Nein, wir sind einfach da. So, hoppala. Honey, I'm home. Ich will die Waffen da oben, mehr will ich nicht. Ich bin ja ein sturer Bock. Wenn ich was will, dann will ich was. So. Woher? Bin ich dort schon herum? Ich bin ein Hirsch. Da müssen wir auf den Lüfter kosten. Was ist denn da? Ja. Haha. Versteckte Kanone gefunden. Gut. Wo kriegen wir Munition her für die Waffe? Das ist die andere Frage, gell? Da war ja gerade was. Schon wieder clear. Gut. Bloß ein X werden sie da kurz schnell speichern. Und Munition für die Waffe. Sehr schön. Da kommt nix. Da vorne ist irgendwo ein Clear. Guck mal. Guck mal. Wir sind noch nicht durch. Ich hör noch an. Oh. EdF ist ein nutzloser Haufen Mistkerle. Okay. Hm. Da waren wir schön entdeckt. Jetzt mit. Ich will da. Ich will die Munition für die große Kanone haben. Gut. Sehr fix. Geh mir nicht auf den Piss. mein Gott, da muss ich einen besseren Weg gehen, warte mal irgendwie ich hör was das ist mir jetzt mal wurscht, ich will Munition haben für die Kanonen da bin ich wie ein Clarkins, warte mal nein, da geht es nicht rein, meistens kommst du da nämlich auch rein, bei ein paar Container nö wie komm ich da auf also mein, ich tue jetzt die das ist mit Mausentastatur nämlich nicht ich werde mich so oft ja, ich sehe wieder was Da haben wir eine Rüstung und einen Muni Passt Ah, ich bin wieder auf Kauze fix Wie hast du schon alle Wege führen nach Raum Na, bin ich schon zu blöd für das? Wie komm ich noch auf? Sam, festhalten kannst du dich nicht? Schaut, das wäre eine geile Mechanik Wenn du dich festhalten hast Kann ich uns Sprühen wir es noch Wenn du uns los bist Sonst verbringe ich noch 2 Stunden mit dem Scheiß Na gewiss was, gehen wir weiter Wir werden im Laufe des Spiels dann eh die Kanonen Wo die Kauku Genau deswegen Wann der Scheiß interessant gehen Falscht Wir werden die Waffen jetzt eh brauchen Siehst du, du haust ja keine Ruhe auch nicht in dem Spiel Au! Ich stehe jetzt zurück Stürmerpatronen Au! Es bleibt noch sein Es schaut nur so aus, ich bin ja den Bedrängnissen Na, das ist Nee, das ist momentan nicht der Zweifel Aber Wo muss ich denn jetzt weiter? Da Es werden jetzt dann einige Etappen kommen Im Laufe des Spiels, wo ich ein bisschen ruhiger bin Aber das mit den Kanonen zieht man am meisten an Ich habe es auch nicht aufgefügt Da Na komm her Komm her Mauser Sehr schön Au! Das ist so ein Ich muss mich zuerst den, weil ich gehöne bevor ich mich am Clear kümmer Weißt du? Uah So Wir rüsten uns jetzt mal gescheit aus Da ist er Clear Da ist er Clear Wo ist der Clear? Na! Quick Save So Au! Wie war das jetzt? Du schon wieder Kruze fix Mal hier nicht mehr drüber, nicht mehr sei Ruhe Wisst du was wir jetzt noch fördert? Da kam ich Katze Aaaaah Wow! Weeeeer Habe ich abgeropfen So Quick Save Jeder Forsp- Jeder Forsp- Jeder Forsp- Jeder Fortschritt muss gespeichert werden Jeder da hätten wir was genau so haben wir das Fahrgastatt gehabt den mit einem Schuss weg holen